So, 12 Tage sind rum. Keimlinge haben sich recht gut entwickelt. Die Blumenerde hat am besten aufgeholt, finde ich. Obwohl die am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte und im Moment der Mischmasch ist nicht so optimal. Jetzt sind die Temperaturen gut, sprich die Kinder können ausziehen, ist frei und solange es jetzt in der Nacht nicht unter 10 Grad ist, sollten sich hier ganz gut entwickeln. Ja, von daher, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.